Ich weiß alles, Misty. Und ich weiß auch, es warst du, die die Laterne gestohlen hat. Schon seit der Einkorn-Übernachtung hatte ich bei dir ein komisches Gefühl. Diese bohrenden Fragen über Sparky, dass du nichts über Bridalwood wusstest und wie du dann versucht hast, den Fahrstuhl zum Kristallzimmer zu aktivieren. Anstatt auf meinen Instinkt zu hören, habe ich an deine Ehrlichkeit geglaubt. Bis jetzt. Dein heimliches Geto und dein Wegrenn heute bestätigen das. Sag mir besser sofort, wo du Sunnys Laterne versteckt hast. Stopp! Pip, was tust du da? Ich hab die Dieben überführt. Hast du nicht. Ich bin die Laternen-Dieben. Was? Naja, nein, ich meine, ich bin nicht die Laternen-Dieben, aber... Ich hatte sie den ganzen Tag.